Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im LS17 Animes Projekt auf der Nordfriesischen Marsch, vierfach von den lieben Fili-Action mit dem Physi. Hallo. Es geht weiter, meine lieben Freunde, wir waren nämlich dabei Mist zu verladen und ein Feld, und zwar das Feld 15 wollten wir glaube ich, nee Feld 2 wollten wir mit Mist ausbringen. Ja, dein Wagen ist voll. Ich frage mich jetzt nur, soll ich den Hänger jetzt hier auch noch voll machen? Naja, also theoretisch, sage ich mal, können wir eigentlich nonstop den Mist mit dem Anhänger ans Feld fahren. Also, wir müssen mal gucken, ein, zwei Stück können wir mit Sicherheit auf dem Feld abladen und damit den Radlader eben wieder befüllen, dass wir da vorankommen und nicht jedes Mal zurückfahren müssen. Ja, äh, Feld 1 wolltest du jetzt düngen, ne? Äh, warte mal kurz, weil ich glaube ich, irgendwelche Cosplay-Helfer noch aktiviert werden müssen. Bei der Big Bad hast du schon angemacht. Ne, der lief ruhig drauf kam und der seht da auf ein angesehntes Feld weiter an. Ne, ich dachte mir, ja. Äh, okay. Äh, fällt 15 wohl zu düngen oder was? Ja. Ja, warte mal, wir müssen das mal... Ja, der Hammer Scheiße gebaut. Ne, warte mal. Was fällt? 15? Ja, ich glaube. Ja, die anderen Fehler sind nämlich gedüngt. Kannst du auch, wenn du willst, fällt 2 nochmal mit Kunstdünger. Ja. Ja, ich wollte ja aber eben noch Mist eben dahin bringen, alles am Feld. Bala, du hast mal den Mist. Fahre hier mal die Sehmaschine weg. Bereite mal den, äh, Kunstdünger oder beziehungsweise Flüssigdünger vor. Gefällt 2. Und dann können wir hier easy peasy machen. Ja. So, den Big Bud lass ich jetzt mal hier am Rand stehen. Weil, der muss auf jeden Fall weiter aussehen. Für die Spritze. Oh. Weichen. So, was los? Harte Arbeitstag. Ja, ja. War hart nicht, aber die Hitze, ne? Also, morgen, na warte mal, ihr seht das Video ja am Mittwoch, Dienstag, ne Montag nehmen wir jetzt hier gerade auf. Am Mittwoch soll ja richtig Hardcore werden, ne? Bei uns wird morgen richtig Hardcore. 36 Grad. Ja, und. Mittwoch haben sie bis 40 gemeldet bei uns. Boah, was. Ja. Also, aber nächste Woche kann ich es beruhigen, ab nächster Woche, bergab. Also zumindest was man, was man jetzt dem Wetterbrich glauben kann. Da waren die Temperaturen so auf 25, 26. ganze Woche. Ich glaub, das ist dann aushaltbar. Ich hab doch noch frei. Echt? Ah, musste ich, ich hatte keine Hose mehr, ne? Also, keine saubere Hose. Und hatte jetzt nur noch eine und hat aber zu meiner Frau vergessen zu sagen, dass sie die anmachen soll, weil sie heute unterwegs waren, das wollte ich hier eigentlich sagen, bevor ich rausgehe, mach mal in die Maschine an, dann kann ich die aufhängen, wenn ich abends nach Hause komme. Ja, hab ich vergessen zu erzählen, bla bla, kommt meine Tochter mit Schokopudding gegessen, das ganze Gesicht vor. Boah, boah, überhaupt nicht. Hose auch dreckig. Alter. Das ist ungünstig. Da muss ich gleich mal die Waschmaschine anschmeißen, wenn wir fertig sind. So, der Dinger läuft. Fällt 15, ja? Ja. Radlader hab ich da schon hingestellt. Wenn du rechts rum gefahren bist und wieder rechts wärst du da gewesen. Ja, wollte ich ja. Ich muss mal hier kontrollieren, ob da alles noch richtig ist. Das ist eine Rad vorne hat ein bisschen geschlackert. Aber ich sehe gerade, da hängt noch ein bisschen Piss drin. Wie viel passt da bei dir rein? 18.000 nur. Ah, okay. Dann kriegst du ja mit einer Hängerladung zweimal befüllt. Ich würde erst mal ganz kurz gucken, wie ergiebig das Ganze ist. Ja. Ja. Oh. Der hat nämlich 20 Meter Arbeitsbreite. in der Stadt. Ja. Ich muss da auch mal rein. Ja. 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 wenn du auf das zahnrad gehst und jeder weiß ich das ist ja alles auf grün ach so ach ich idiot alles klar hat erledigt man muss das richtige feld auswählen ich muss da ganz kurz gucken ja einstellen da war was fährt denn der für einen krassen bahn versatz also wieso naja bei der neben der linie fährt schon ganz kurz gucken der arbeitsfreie hat und wie ist die ergeblichkeit gut wirklich gut also war es kurz mit einem hin oder was ich habe 20 prozent raus noch keine bahn fertig also mit einer hänger ladung ja weil ich sagte wenn ich hinten bin mal kurz ausrechnen wie viel ich brauche 30 prozent pro bahn in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 den bahn den wahnsinn 300 prozent drei befüllungen eine war drin zwei kriegst du kriegst du in den anhänger es war ja ein halb bahn ja die 50.000 oder 50.000 ja er müsste reichen einer ich habe die kommentare gelesen weißt warum wir das nicht beladen konnten beladen nicht beladen ja den einhänger den haben wir verkauft weil wir dachten damit stimmt irgendwas nicht erzähl mal ja wir hatten noch hier abladen drauf echt ja deswegen ist das direkt raus gekippt wo wir es eingeladen haben deswegen haben wir den verkauft ja ja das ist krass aber könnte jeder auf 10 gut der läuft das passt alles wenn er alle ist zurück irgendwas stimmt hier bei dem feld zwei nicht warum er der kurs play alles gut funktioniert ja ach so weil das schon die nächste wachstumsstufe ist ja alles gut ich würde dann jetzt schon zu beladen kommen gleich ja dann komme ich genau das haben wir hier muss jetzt gleich nochmal gedüngt werden kurios oder das ist ja so neben der bahn fährt weil er wenn ihr wisst warum bleibt es mal jetzt etwas strange das theoretisch ausmachen vorfahren macht auch dann haupt ach lol ach lol ernsthaft anders geht das nicht feiße ne ich komme nicht höher ja das ist natürlich kacke wenn man wahrscheinlich doch nicht um den teleskop lade kommen wahrscheinlich nicht wollen wir kaufen den tm 320 s ja standard band laufwerk breites band laufwerk forst standard den hätten wir doch schon den hinten jemals stimmt irgendwas war mit dem ja ich habe gedacht du meinst den tm 320 mit rädern ich glaube der wäre besser ja 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 dann würde ich erst mal ja wie sehen die felder jetzt aus ja wie sehen die felder jetzt aus wachstum wachstum mit 1 ist fertig soll ich den rattler da verkaufen ne 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 ja ich bin aber zum ruf ja ja so dann sehen wir hier mal mais an 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 6 6 5 6 1 1 1 2 1 ja also ich würde sagen dass du mit so einer scheibenegge so ein grubber da das ganze eingegrobert wird das würde ich jetzt einfach vermuten aber ich bin mir nicht sicher wird gegrüßt wir könnten wir das ein gruppern dann könnten wir noch mal kalten oder kunst oder 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 flüssig dünger drauf machen und dann wäre das feld fertig glaube ich dann können wir ansehen und dann können wir noch mal bitte kalken ansehen flüssig dünger machen also gruppe und kalken ansehen flüssig da wäre das wird fertig komplett denke das ist keine schlechte idee beide fälle hier brauchen wir mal kein vorgewählte fahren das ist auch nicht sonst und wir hätten platz lassen können links und rechts am feld werden dann noch einmal außenrum der gegangen haben aber der eine ist schon fertig mit düngen das ist natürlich sehr gut der honigmelone ist schon echt was geiles einfach mal so sagen der kauf einsetzt ist zum hof radlader gewicht darauf haben ja der kauf lade gewicht okay dann ist wieder aufgefüllt es wieder aufgefüllt ja wir sind aber durch gut in diesem sinne meine liebe freunde danke fürs zuschauen wir sind natürlich in der nächsten folge wieder ja das war das däumchen ganz gepflegt da schaut mal für sie vorbei und schreibt uns mal die kommentare wie es richtig gemacht wird hier mit dem bist und der und der gülle und dem düngerei und drei dünge stufen und den ganzen faschen und grubbern und nicht und scheibenegge und bla und blie und blub wir wollen ja auch noch ein bisschen was lernen in diesem sinne bis dahin tschüss tschüss